Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Nicht weniger als drei Untersuchungsausschüsse beenden dieser Tage im Landtag ihre Tätigkeit. Ein weiterer endete bereits im Mai. Diese Gremien erfüllen in unserer Demokratie eine wichtige Funktion. Auf der einen Seite erhalten Parlamente durch Einsetzung eines Untersuchungsausschusses die Möglichkeit, selbstständig Sachverhalte zu untersuchen. So können Missstände aufgedeckt und die Regierung effektiv kontrolliert werden. Das ist gut und richtig so. Auf der anderen Seite kann ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss durch die Opposition als politisches Druckmittel genutzt werden oder anders ausgedrückt, zur reinen Selbstinszenierung. Genau das ist in der nun zu Ende gegen die Wahlperiode im Bayerischen Landtag im Übermaß geschehen. Nehmen wir den Untersuchungsaufschuss Zukunftsmuseum. Die zentralen Vorwürfe der Oppositionsfraktionen über teuerter Mietvertrag und Kumpaneien mit den Investoren fiel rasch in sich zusammen. Doch kaum hatten Sachverständige diese Fakten zusammengetragen, wurden sie von Oppositionsvertretern mit Vokabeln wie Humbug und Schwachsinn belegt und öffentlich diskreditiert. Das geht gar nicht und zeigt, wie schnell eine so wichtige Institution wie der Untersuchungsausschuss in unserer Mediendemokratie instrumentalisiert, ja, sogar missbraucht werden kann. Dabei ist Nürnberg wirklich froh, mitten im Stadtzentrum ein Zukunftsmuseum als Besuchermagnet zu haben. Gleiches gilt für den Untersuchungsausschuss Stammstrecke, gegen dessen Ergebnis die Grünen bereits stänkerten, bevor das Ergebnis öffentlich verkündet worden war. Und auch in den Untersuchungsausschüssen Maske und NSU2 wurde von meinen Fraktionskolleginnen und Kollegen äußerst wichtige Arbeit geleistet. Arbeit, die stets on top kommt, zu normalen Ausschüssen, Plenarsitzungen, Verbandsgesprächen, Vorstands- und Fraktionssitzungen und der Stimmkreisarbeit. Deshalb danke ich unseren Ausschussmitgliedern, Gabi Schmidt, Bernhard Pohl, Gerhard Pittner, Wolfgang Hauber und ihren Stellvertretern sehr herzlich für ein außerordentliches Engagement. In den vier Untersuchungsausschüssen in dieser Wahlperiode haben sie wirklich Starkes geleistet. Alles im besten Interesse unserer Demokratie. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.